so hallo herzlich willkommen zurück ich zeige euch jetzt noch ein bisschen wie das ganze jetzt hier aussieht wir befinden uns in der schule wir haben insgesamt zwei tische einmal hier einmal hier an diesem tisch arbeite ich hauptsächlich da ist die kameratechnik also wie das bild übertragen wird zeige ich euch einfach mal wir haben hier im moment einmal ein raspberry stehen daran wird gearbeitet daran haben wir auch kühlrippen weil wir einfach noch ein bisschen mehr leistung brauchen ist der auch übertaktet dazu zeige ich dann noch in einem anderen video mehr und dann gehen wir gerade noch mal rüber an den anderen tisch hier wird dann an der übertragung per wifi signal für die servosteuerung gearbeitet könnt ihr schön sehen haben wir hier verschiedene servos dann auch das modellauto und hier wird dann auch ebenfalls an einem raspberry gearbeitet wie also was gearbeitet wird beziehungsweise wie hier programmiert wird und genaueres das zeige ich dann noch mal in einem späteren video jetzt gibt es essen ich habe ziemlich hunger also bis dann ciao ja 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 Vielen Dank.